Wie fandest du die angemalte Version von der... Oh Gott, warte, äh, die wollte ich mir noch angucken, glaube ich, nochmal. Wenn ich nicht darauf geantwortet habe auf Discord, habe ich es noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich war, äh, ich glaube, ein paar... Jetzt sind ja schon Dosen neu. Bis auf den Stream gestern war ich tatsächlich nicht am Rechner dran, oder? Nee. Ist einer mit Noppen. Muss ich mir mal angucken. So, dann was snacken noch. Wir sind ja gerade ganz gut in der... Ich wollte gerade sagen, in der Zeit. Wir sind ja gerade ganz gut... Nein. Ganz gut, aber erstmal alles erkunden. Wollen wir uns eventuell so eine Peilsender machen? Peilsender? Kann man das? Ja, kann man machen. GPS-Gehäuse, dann können wir das einfach nicht markieren. Jo, mach mal. Das wäre eher selten so. Eine mit Noppen. Achso, war mit Offenball bezogen. Ergonomisch muss man 400 bis 500 Euro für einen Gaming-Stool ausgeben und etwas zu bekommen, was okay sein soll. Aber je 20 Bürostuhl ist besser. Zero Bürostuhl... Schau, ein bisschen Tinte einsammeln. Okay, liebe Hörnchen. Draht. Oh, der Sound ist ja gar nicht laut. Nervig. Warte, ich mach mal, glaube ich, ein bisschen leiser. Oh, danke. Was denn? Kopf rauf. Mein Ball ist glatt, aber habe eine Stoffhülle und eine Ballschale, damit er an Ort und Stelle bleibt. Was gibt es? Wie teuer war das? Und wenn du 20 Euro Büroschuhe, kann man sich nicht so sehr zurücklehnen und schlafen. Ja, das ja. Wo haben wir das? Achso, erstmal Hallo, YouTubes. Ich hab's vergessen, einfach total angefangen. War-Kopf, okay. Hast du gerade was gecraftet? Nein. Achso. Äh, Pistolenaufsatz. Gehst du schon raus? Ich geh' grad kurz draußen gucken, ja. Ich sag mal kurz drauf. GPS-Peisender 4. Zwei gedruckte und das war ich noch. Draht, Platinen und Batterien. 49, 9. Das geht doch. Easy. Vielleicht klaut ich die. Wäre besser vom Rücken, glaub ich. So. Du sitzt trotzdem da wie so ein buchliger Ase. Wahrscheinlich. Also, Sunset Vores dachte irgendwie so ein billiges Horngegen in der Wohnung. Ach. Ja, irgendwie. Mach das, die Idee ist ein bisschen ganz gut. Oh, wir müssen uns. Muss ich mal... Ja, reicht. Reicht mit den GPS-Dingen. So. Da, da, da. Sanity. Gehen wir gleich zum nächsten Bunker. Komm, wir machen. Ich bin grad nur an Taschen öffnen. Ja, alles gut. Ich würd noch ein Energy subbeln wollen. Wenn ich was finde. Hast du an deiner Tasche gestimmt. Ja, aber ich wollte jetzt nicht extra die Tasche öffnen. Oh Gott. Gesundheit. Ach. Oh, alter Schwede. Ah, Sonne. Alter. Ist hier irgendwo eine Energie? Tintenpatronen. Ach komm. Ab ins Menü. Und in den Korb. Also eine halbe 5. Was heißt immer DL? Monsterdose. Wieso 5 DL? Weißt du, warte, waren wir jetzt bei der? Oder bei welchem? Warte, ich markiere es mal ganz kurz. Deziliter. 5 Deziliter. Warum schreibst du denn, wenn du einen Monsterdose sagst? Du, hintermenschu. Du, äh, vordermenschu. Welch Rotfinder haben wir. Ich glaub, bei dem Essensbunker haben wir. So, und dann ist hierhin. Zack. Dann markieren wir kurz. Wir könnten einmal noch mal zu den einen Bunker, wo wir in Häuschen den gebaut haben. Aber ich glaub, da waren wir. Das ist halt schwierig, wenn man sozusagen mit so einem großen Abstand dieses Level spielt. Dass man nicht mal weiß, wo man genau jetzt wirklich war, bei welchem Bunker. Wir könnten ja bei dem anderen nochmal hin, aber wir hatten ja jetzt die Schrubflinte, glaub ich, geholt. Was sind so ein Bullver neben dem Bunker? Nimm mal X. X einfach, warte. Und da, wo denn halt X ist, wissen wir, dass wir da schon waren. Müsste jetzt auch sein, ne? Jo. Oh, das ist einfach richtig schlecht zu erkennen, oder? Was denn? Das X. Und auf der Karte wird es als X angezeigt, wenn es halt noch ganz nah ran sind. Ja gut. Muss halt gehen. So, ab zum nächsten. Erklärung. D, D, D. Und auf jeher 50. So steht 5DL. Weil es bei uns auch 323 CL gibt. Da steht, steht es bei uns auch drauf? Ne, bei uns steht das nicht drauf. Also normalerweise wird Energie da, alles verkauft, oder? Ich weiß auch nicht. Ich bin verwirrt. Oh, freu ich schon auf sortnautige Art. Da musst du, äh, Bullen setzen, um Orte wieder zu finden. Nur hast du, äh, nur hast du da keine Karte. Was bringt denn die Bullen? Also sie ist bestimmt so, wie ich jetzt hier, äh, Blondie, sehe ich so aus der Entfernung wahrscheinlich, die Bullen. Kann ich mir vorstellen. Ist sie ne? Hier ist nichts, ne? Ne. Komisch, dass man die Bullen auch so findet. Ne, 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 entschuldigung. Konnte man die Lederbeule vorher auch schon mal so finden? Ja. So, ich dachte nur, wenn die weglaufen. Wird es eigentlich so die Minicamps auch markieren, die wir so unterwegs finden? Das hier? Wollen wir es markieren? Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Das ist halt so, dass wir halt wissen, wo wir zum Beispiel Dut und so finden. So, oder? Da mache ich mal kurz vor allem das. Und zwar ist auf der Null und die sind dann auf der Neun. So, und die dann auf der Acht. Ach Quatsch, oder? Ähm. Das schwarze Symbol? Ja. Ist eigentlich für Scooter und so gedacht. Hä? Oh, das Essen braucht. Oder warte, ich nehme diese Musikbox. Ja. Ist glaube ich ganz gut immer. Ich komme, 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 ich komme das andere symbol mit diesen komischen radio kann man besser sehen als die dieses x das habe ich mir schon fast gedacht dann gehen wir immer noch mal zum x hin und dann können wir sie weg machen man sehe die ananas das katzenbett ist cool so bärchen sammeln ach ja brauchen wir auch so wir hatten zum beispiel ein haus hingebaut hier also das gehört hier ist irgendwas in der nähe irgendein typ gesehen da langfahrt schon dabei sind der links war soll ich denn da immer ich hab da ich platziere schon mal den scheiß so muss aber richtig aufpassen also wir haben ich habe die kiste zerstört und der ganze staff ist durch ein bogen mit nein das ist belastend so gut dass wir da ist hinter dir ist übrigens auch noch einer links hinten der läuft gerade weg aber richtig gut dass wir da ist hier weiße pflanzen müssen dahin und hier sollte schlafen müssen wir helfen auch ein bunker machen ist auch safer als hier draußen das lässt sich nicht abstreiten los wird sie kommen kurz arbeiten für ein geld so ist es zu tun der hand ich habe das ist ein bunker ich habe eine frage weißt du ob in deiner ob irgendjemand der in deiner klasse war damals noch in der branche tätig ist oder macht jetzt eher was anderes der essensbund gerne stimmt ja aber die karte hat er hat er hatte dann würde ich hier oben gerne die sache platzieren bin durchgefahren ja sie schon kontakt aus der felix mal okay und da hat er irgendwie auch nicht er ist jetzt mehr so mit zügen geschäft und beschäftigen damit glaube ich sehr glücklich wo wir denn so ein ausrufezeichen nehmen wieso es ist doch ein bunker für punkt ja meine ich weil wir haben jetzt dass die andere mit x markiert ist ja bisher nur eins gewesen und ja gemeint hast dass wir das x irgendwann mal weg machen aha lustig so ein bisschen snacken um zerrecken ein bisschen snacken ist nicht gut ausland voll fleisch voll die karte funktioniert ja das ist oh nein oh nein was denn was hier drin ist ich habe habe ich eine boh ich habe eine boh ich habe ein boh ich habe ein boh ich habe mich schön ich bin richtig fertig ich bin jetzt bereit ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin ich bin ich bin ich Angst habe ich bin ich mir mir auf dem Baby Schreck ich bin ich mir mal auf dem Boden die muss aus der wand ziehen oder ist ein finger das ist ein finger das nachladen dauert bloß bei der wache extrem lange passiert ja auch falls da noch einer kommt oh bitte das nachladen dauert extrem lange so hat sie ausgenockt so könnt euch gar nicht auf die 7 ist hole auf die 5 solle 6 muss das momentan eine besten sachen also die pfeile ich dachte heute ist mit aber du bist auf einmal ins inventar gegangen also ja entschuldigung ich war irgendwie richtig verwirrt dabei schon beim wollten nur noch kann passieren das ist ja jetzt kein vater noch mehr feine und ich bin von drucker patronen müssen alkohol gegen köpfe gebrochen die an links sind das baby ratten das sind mehr als baby ratten wo bist du denn ja guck mal wie du da so luken und gucken ja hier hast du noch nicht oh da habe ich noch nicht haha juckt das wäre lustig wenn man so eine bohrmaschine nehmen könnte und dann die ich so nach unten beugen und dann den kopf durchbohren könnte das wäre krank aber ausfällig jetzt kommt diese ganz spannende passage einfach durchs wasser schwimmen ich würde es interessanter finden wenn die haie drin sind ich würde es beschissener finden aber auch interessanter ja dann wenigstens irgendwas zum sammeln oder so auf dem tablett ja oder so darauf gehen kann weißt du es war spiel sich über das spiel beschweren ich spiele es einfach fast jeden tag weißt du und dann auf einmal so ja man könnte auch das und das machen und dann würden wir es noch länger spielen ich glaube bei blondie ist das kaputt ist das ist das kaputt warum ist bei mir war ich kaputt ich bin kaputt ja mal wieder arbeiten ich heute nein verstörende gedanken sie hat und ich lasse euch nur an diesen teilnehmen was glaubst du was wohl indirekt in meinem kopf weitergeht was ich nicht ausspreche bist du da ja wegen dem film schieb jetzt kein film grad zurück schuld gut gut tut karte liegt was ich wundere dass die es sich auf einmal sozusagen vermehren ja so dass aus allen gefühlt 23 wären so auch oben ich habe keine ganz komische zellenteilung Ein Zettelchen, ein Soda vom Soda, die nicht in die Energie verwandelt wird, weiß ich auch nicht. One more of Artefakt two. Neuer Ort Wohnbunker entdeckt, aber ich glaube, da war schon... Ah, hier ist genau insgesamt vier Bunker. Ich glaube, ich glaube, der... Oh, ich kann ja auch nichts gucken. Nee, nee, ich glaube, der Wohnbunker ist da, wo der Bogen ist, glaube ich. Tatsächlich. Oh, sind wir ja gleich. Schubst du dich doch nicht weg? Rammst du mich? Hast du den Schrift in den Aussatz hier schon? Den Schuss will ich nicht. Nicht mal vom Sammeln? Nö. Unnötiger Inventarplatz. Ein Affe, der klatscht. Der ist null. Ich habe keine Orientierung sonst schon vergessen. Ach ja, da war ja auch. Hast Glück gehabt. Uns wird eine Karte. Sicher? Ja. Kommt nochmal angeschwommen. Oder hast du die? Keine Ahnung, ich guck mal nach. Hä, wieso hast du die? Ich habe doch gesagt, auf diesem Tisch da drüben liegt eine Karte und du hast sie nicht aufgesammelt. Was ist ein Tisch? Ich gehe da noch nicht rein. Na, rechts. Genau, da. Warte, warte, ich bin nicht da. Oh nein, das sind die Paftens. Hm. Vorne? Hier? Da, lol. Schwiert sich immer. Ha, 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 ha. Äh, äh, falsche Richtung, Baby. Hallo. Hört die Fresse. Guck. Stehenbleiben. Lass dir die Idee mal durch den Kopf gehen. Äh, hinter dir sie mal. Wir sind einiger. Oh, verfehlt. Er packt sich die ganze Zeit an dem Stuhl fest. Und dann kann er den Stuhl einfach durch die Gegend schleudern. Das... Ah. Hilfe, Hilfe, ich bin unzingelt, ich bin unzingelt. Ich komme. Haut euch gegenseitig, K.O. So. Danke, fein. Aus die Maus. Wie er dich... Oh, oh, oh. Oder? Warte, ich kann nicht mal mit dir? Ja. Kleiner. Oh, da ist er. Ups. Können die mal stehen bleiben? Na komm, komm ins Wasser, komm ins Wasser, komm, 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 folgt mit. Schwimmbereich. Aber schwimmen. Aber schwimmen. Ist hier noch jemand? Ja. Ja. Wo? Links war einer noch eigentlich. Nö, der war schon früh, glaub ich. Okay, kurz heute? Ja. Ja, kein Topf mehr. Warte, guck mal, siehst du das auch bei mir? Warum? Die man sich bei einem Kopf? Ja, da sind keine Stück Kopfen übrig. Okay? Okay? Ja. 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 Ah, warum fehlt mir von mir der Rüstung? Mir auch. Ja, woher? Bleib. Warte, warte, jetzt. Unnötz. Let's, let's. Ich würde sagen, noch nicht so weit Richtung Glas gehen. Unterdrücken, halt. Genau. Der hier, ja. Kann losgehen? Bitte. Jetzt. Und let's go. Tottenrüstung gesammelt. Ja. Und noch unseren Friend hier. Hast du? So. Einmal kurz ausrüsten und dann mal gucken. Wollen wir es bei den Puffens mal mit Dingenfliegen probieren? Monotuch? Das hatte ich grad nicht als Idee, sondern Bomben, aber Monotuch, Monotuch, das Ding ist auch gut. Kann man beides probieren? Genau, genau, genau. Ja, warte, ich bastle immer ne Runde. So, äh. Wie viele Tücher hast du? 23 oder so. Wie warst du? 60. Das ist ein Makler. Kann ich schon da also? Gar nichts. So. So, ich bin full. Wie bastelt man nochmal Bomben? Ähm, Platine. Hast du Batterie? Ja, vier Stück. Kannst du mir zwei geben? Dann kriegen wir zwei Bomben, richtig. Ähm. Du musst es mit dem Batterien geben. Ich wusste doch. Hab mich gewundert. Egal, hier. Ja. Bischönen. So, ich werde mich mal kurz noch snacken. Durchsagen. Und. San Joseca hat bestätigt einen dritten Teil zu bringen. Oh, der wird dann endlich Multiplayer senden. Ja, wie doch. Ich finde, ein Spiel kann durch Multiplayer extrem nice werden. Also sogar noch nice ist eh schon. Äh. Hab ich noch kurz aufgetankt. Hab ich noch Granaten? Nee, nur die normalen Bomben, ne? Nee, hab ich noch irgendeine normalen Bomben. Die setze ich dann mal auf 4. Ja. Schub. Äh, pfff. Ich will es einmal futtern, ein Energy.